Empire City. Drei, zwei, eins, los! Hier regnet's in Strömen. Die Musik ist cool. Das ist die Rockversion. Ich spiele auch nicht auf Maximallaut. Kein Wunder, ich halte es für leise. 353 an Zentrale. Ein Sportwagen wird verfolgt. Unter der erhöhten alten Stadt erfährt über 180 Sachen. Alle Einheiten verständigen. Einheit 353. Ein Sportwagen wird verfolgt. Ich spiele mit dem Vordergrund. 353 an Zentrale. Aufsetzt Einheit 324. Verdächtigen wiedergefunden. Beteilige mich an der Verfolgung des Sportwagens. Alle Einheiten. Einheit 324. Ein Sportwagen wird verfolgt. 324 an Zentrale. Verständige verfügbare Einheiten. In den EDS-Mire-Hotels. Alle verfügbare Einheiten. Einheit 324. Auf den... Ganz ehrlich. Einen kleinen Ticken lauter. Die Bedeutung des Empire-Hotels. 324 an Zentrale. Verständige entkommen. Einheit 324. Z4. 223 am Zentrale. Loslipz. Einheit 223. Verständige gefunden. Beteilige mich an Verfolgung des Sportwagens. Geführt über 160 Sachen. Einheit 223. Z4. 324 an Zentrale. Loslipz. Einheit 332. Ich habe nicht Kontakt. Beteilige mich an Verfolgung des Sportwagens. Im Geschäftsviertel. An alle Einheiten. Einheit 332. Ein Sportwagen wird verfolgt. Im Geschäftsviertel. 332 an Zentrale. Mit dem Anruf ist eine Straßensperre aufzustellen. Einheit 332. Freisage für eine Straßensperre. 325 an Zentrale. Da ist wieder mehr los. In der Nähe des Lagerhausgebietes. Einheit 3357. Z4. Und nochmal Polizei. Endet auch nicht. Ich mag, wie das Armaturenbrett auf das Licht reagiert, was hier auch zu sehen ist. Und natürlich ist es eine Großstadt-Nachtfahrer-Gesilken. Hier natürlich ganz anders. Lichtverschmutzung und so. Es ist halt nicht so dunkel. Und jetzt, wo ich Training habe, kann ich dann auf den Anschluss dann die Verfolgung machen und dann Knockout. Was war denn das gerade? Warum haben die mich nicht verfolgt? Was war denn das gerade für ein Bug? Die treten alle möglichen Bugs auf, die ich noch nie hatte. Straßensperre. Einheit 316. Stellen Sie die Straßensperre auf. Dreihunde 350 an Zentrale. Beteilige mich an Verfolgung in Schmaumbach. In Geschichtshilfe. Oze 4. Dreihunde 350 an Zentrale. Wir sollten kräftem Taut liegen. Einheit 3355. Köln-S-Ausriff. 217 an Zentrale. Einheit 215. Wir sollten kräftem Taut liegen. Ah, shit. Hinterrad. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich ihr Gaspedal verklemmt hatte. Und gebe eine Verwarnung. Aber nicht nochmal. Ich bin mit dem Hinterrad rübergeschlittert. Konnte ich nicht mehr fließen. Ja, das war gut. Da konnte ich mich aufhalten. Sauber um die Korre. Zeit gespart. 316 an Zentrale. Los jetzt. Einheit 316. Bitte um Erlaubnis, Krähenfüße auszulegen. Einheit 316. Krähenfüße auslegen. 217 an Zentrale. Alle, wie die Musik abgeht. Du, 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 du. Einheit 215. Voll abartig. Los jetzt. Verdächtigen wiedergefunden. Beteilige mich an Verfolgung des Sportwagens. Unter der erhöhten alten Stadt. Stamatik. Einheit 332. Ein Sportwagen wird verfolgt. Unter der erhöhten alten Stadt. Ich finde hier die Stelle auch richtig cool mit der Musik. 223 an Zentrale. Los jetzt. Ich habe Sichtkontakt. Beteilige mich an Verfolgung des Sportwagens. Er fährt über 160 Sachen. Einheit 223. 10-4. 332 an Zentrale. Ein silberner Countach wird verfolgt. In der alten Stadt. Alle Einheiten verständigen. Einheit 332. Ein silberner Countach wird verfolgt. In der alten Stadt. 223 an Zentrale. Los jetzt. Einheit 223. Wir sollten die Straße sperren. Einheit 223. 10-4. 353 an Zentrale. Los jetzt. Einheit 353. Verdächtigen wiedergefunden. Beteilige mich an Verfolgung des Sportwagens. Beim Bundesgebäude. Einheit 353. Ich weiß nicht. Ich kann sie nicht entscheiden. So. Vielleicht letzte Runde. Die ist schnell, die Strecke. Die ist schnell. 2 Minuten 13. Oder etwa 2-3 Minuten. Das ist wirklich schnell für die Strecke. Wie ihr seht. Kommt auch super locker durch. 332 an Zentrale. Einheit 332. Los jetzt. Kabin gefunden. Beteilige mich an Verfolgung. des Sportwagens. Im Lagerhausgebiet. Aus alle Einheiten. Einheit 332. Eine Sportwagen wird erfolgt. Im Lagerhausgebiet. So. Ich werde das wieder so machen, dass. Dass ich die zusammenschneide wieder. Die Verfolgung. Und die. Diese Dinger hier. Wollen wir das alles in Doppelpack? 324 an Zentrale. 324 an Zentrale. Hab ihn gefunden. Beteilige mich an der Verfolgung des Sportwagens. Er fehlt über 160 Sachen. An alle Einheiten. Einheit 324 an Zentrale. Einheit 324 an Zentrale. Ein Sportwagen wird erfolgt. 223 an Zentrale. Los jetzt. Verdächtigen Verlust. Einheit 223 zu 4. 353 an Zentrale. Los jetzt. Da ist er. Beteilige mich an Verfolgung des Sportwagens. Er fehlt über 220 Sachen. Einheit 325 zu 4. Ich bin auch niemand bei der ersten Minute und ich bin schon hier. 217 an Zentrale. Los jetzt. Ein Rekord. Da wurde es wieder abgehackt. 316 an Zentrale. Einheit 324 an Zentrale. Los jetzt. Boah. Habt ihr es gesehen? Ich war in der Säule. Eigentlich vollkommen unmöglich. Ich bin richtig durchgeklippt. Los jetzt. Einheit 332. Verdächtige entkommen. Einheit 332 zu 4. Und zieh ich. Knapp am Rekord vorbei, wie ihr seht. Einheit 335 an Zentrale. Los jetzt. Einheit 335. Verwicht. Und die letzte Strecke. Und dann würde ich sagen, folgt Knockout. Musik. Musik. 317 an Zentrale, ein Shigerer wird verfolgt. Unter der erhöhten Altenstadt. 217 an Zentrale, ein Shigerer wird verfolgt. Unter der erhöhten Altenstadt. 217 an Zentrale, ein Shigerer wird verfolgt. Unter der erhöhten Altenstadt. 217 an Zentrale, ein Shigerer wird verfolgt. An der Kathedrale, alle Einheiten verständigen. 1217, ein Diablo wird verfolgt. 217 an Zentrale, los jetzt. Die Musik ist echt cool. Die Musik ist echt cool. Die Musik ist echt cool. 217 an Zentrale, ein Silberner Shigerer wird verfolgt. Unter der erhöhten Altenstadt. Alle Einheiten verständigen. 1217, ein Silberner Shigerer wird verfolgt. 217 an Zentrale, ein Shigerer wird verfolgt. Alle Einheiten verständigen. 1217, ein Shigerer wird verfolgt. 217 an Zentrale, Krähenfüße links ausgelegt. 217 an Zentrale, Krähenfüße links ausgelegt. Einmal überdreht. Ja, das habe ich richtig gesehen sein Auge. Los jetzt. Wir sind an Code 4. Einheit 217, 10-4. 217 an Zentrale, los jetzt. Einheit 217. Krähenfüße ausgelegt, in der Nähe des Industriegebiets. 10-4. 217 an Zentrale. Einheit 217, los jetzt. Wir sind an Code 4. Einheit 217, 10-4. 217 an Zentrale, los jetzt. Krähenfüße rechts ausgelegt, im Industriegebiet. 2-4. Lass das mal so laufen. 2-4. Einen Sieg eslang. Einen Sieg . 2-4. 2-4. Nöw. 1-1. 1-2. 1-2. 1-2. 2-4. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 217 an Zentrale, ein gelber Sportwagen wird verfolgt, unter Downton Elevated Alle Einheiten verständigen, Einheit 217, ein gelber Sportwagen wird verfolgt Okay, immer noch was geboten für den Soundtrack, ne? Das sind über Crenflüsse gefahren Den hätte ich jetzt reingeschoben 217 an Zentrale, Einheit 217, los jetzt Wir sind an Code 4, Einheit 217, zu 4 217 an Zentrale, los jetzt, Einheit 217 Crenflüsse links ausgelegt, bei der Hand auf der Hand Alle Einheiten verständigen, es sind Crenflüsse ausgelegt Boah, das ist der Todesstern da hinten, das sehe ich zum ersten Mal Ist ja geil Ey, kann man den Todesstern von hier aus sehen? Ja, das kann man Da ist ja einfach kalt, ist kalt der Todesstern da oben Wie cool Hab ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt 217 an Zentrale, ein blauer Diablo wird verfolgt In der Nähe von Darntan, Evaluatet Der fährt über 160 an Alle Einheit für Ständige, Einheit 217 Tänk, den Tower, die Aktie wird verfolgt Danke Nein, was habe ich da gemacht? Ich habe mich vorbeigedrängelt. 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 Ich habe mich vorbeigedrängelt.